Es gab eine ungewöhnliche seismische Aktivität. Vielleicht hat die kleine Ton-Einlage der Insel auf den Magen geschlagen. Oder es ist was Schlimmeres. Würdest du auf ein paar potenziell tödliche Berge steigen? Du musst meinen Seismographen prüfen. Du musst meinen Seismographen prüfen. Würdest du dein Herz etwas leiser schlagen lassen? Es verfälscht meine Messwerte. Ich habe die Daten und du hattest dein Training. Win-win. Ein echter Wissenschaftler gibt nie zu, dass die Dinge schlecht stehen. Er sagt nur...